Ich bin Mittwoch 13 Uhr, Jorvik-Stahl. Och ne, ne, ich hab gar keinen Bock drauf, Alter. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Champion-Marathon. Yay! Ich schwöre, das ist so anstrengend, dieses Video zu drehen. Ähm, ich hab's mir so gedacht, dass ich jetzt nicht... Also, ne? Ihr seht hier die ganzen Champion-United, die heute dran sind. Wir fangen hier gerade um 13 Uhr beim Jorvik-Stahl an. Ähm, ja, wir haben jetzt gerade 12.54 Uhr. Ich hab schon meine Champion-Sachen an. Ich find das Outfit mega fresh. Ich glaub, es hat auch alles Wert. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Ich kann keine Championate. Ähm, manchmal hab ich Glück, manchmal hab ich kein Glück. Später kann es sein, dass noch ein paar Leute aus meinem Club dazukommen. Da werden wir nochmal gucken. Je nachdem, wie ich das mit dem Discord wieder hinkrieg, weil man die einfach manchmal nicht hört. Und das geht mir dezent auf den Piss. Aber egal, wenn nicht, dann sind sie einfach so dabei. Hauptsache sie sind dabei. Deswegen wundert euch am Ende nicht. Ähm, ja, wir reiten jetzt zu die... äh, 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 äh... ...zu die Sunfield Farm. Und ja, fangen dann eigentlich an. Wir fangen halt genau mit dem Championat an, was ich richtig hasse. Ach man, oh ey. Das Video wird auch so lang gehen. Egal. Ich hab da Bock drauf. So eine halbe Stunde Champions reiten. Also für euch jetzt eine halbe Stunde. Für mich irgendwie gefühlt den ganzen Tag. Ich find's nice. Jesus, was geht mit meiner Stimme. So meine Freundinnen und Freundes, Freunde. Hier sind schon ein paar Piepels. Wir melden uns jetzt ganz geschwind an. Und stellen uns jetzt mal hier so ganz süß neben dieses Zelt. Und warten, bis es losgeht, würde ich sagen. Wach? Ich find's jetzt schon mega geil. So Leute, die Wettbewerbsgruppen werden erstellt. Das wird eine richtige Schande, glaube ich. Und alle, die hier gerade unten mir high geschrieben haben, ganz liefe Grüße an euch. Wir sind in Wettbewerbsgruppe 1. So eine Scheiße. Ich hab ein richtig mieses Bauchgefühl, aber egal. Ich hab eigentlich klamotten-technisch alles gut drauf. Ich hoffe, das wird was. Ah, ich hab so Angst. Vor allen Dingen, es gibt safe so richtig viele Abkürzungen, die nur ich einfach nicht kenne, weil ich dafür zu blöd bin. Gott, Alter. Das wäre schon geil, wenn wir jetzt das erste Champion hat so richtig geil abschneiden würden, oder? Jesus Christ. Oh, die sind alle so nah hinter mir. Ich verpieselt euch schon auf mein Leben, ey. Ah, ah. Oh, Mamacita. Bleib nicht hängen. Oh, durch die scheiß Blumen. Oh, mein Lord. Have mercy. Oh, nee. Da kommt ein scheiß Gaul. Ich hab Angst. Ich hasse diese Stelle. Oh, mein Gott. Die Lucy Linesmith ist mir hart auf dem Fersen, Alter. Alter, warum bin ich auf einmal neunte? Tür, was hab ich gemacht? Bin nur ein... Hä? Warum bin ich zehnte? Haben mich so viele... Hä? Warum bin ich zwölfte? Hä? Haben mich so viele Leute... Nee, das kann ja nicht sein. Hä? Wie kann es sein, dass ich zwölfte bin, wenn ich gefühlt richtig weit am Anfang bin, wenn mich Leute ignoriert haben? Okay, was haben mich doch jetzt die 13 Leute ignoriert? Das muss ja jetzt ein Bug sein, oder? Over the car. Oh, no, was ist die da? Was bist du, du blöde Kodo? Oh, ich hab so Angst. Hä? Wie kann das sein, dass ich 13 da bin? Diese Lucy ist erst und ich bin hinter Lucy. Kann ja auch nicht wahr sein, wenn das jetzt rumbuckt, ne? Und ich nicht angezeigt werde, wenn ich im Ziel ankomme. Dann gibt's von McQua höchstpersönlich einen auf den Arsch. Oh. Was? Sag nicht, ich hab ne scheiß Flagge verpasst. Ich heu gleich. Sag nicht, ich hab ganze Zeit ne Fahne verpasst. Wo hab ich die verpasst? Wo hab ich diese beknackte Flagge verpasst? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin grad total geschockt. Ja, okay, Leute, das war das erste Championat. Pff, wie peinlich. Hä, warum ist jetzt mein Interface aus? Was ist denn hier heute, Alter? Hallo? Was war das denn? Das ist ja mal was... Äh, ich hab einfach... Ich hab mal ne Flagge verpasst. Ja, okay, Leute, das war das erste Championat. Ich am Anfang noch so... Ich hoffe, das wird richtig gut. Das muss ich mir jetzt mal angucken, wo ich die verpasst hab, Leute. Wir sehen uns. Beim zweiten Championat, in der Hoffnung, das wird besser. Oh mein Gott. Jesus, im Himmel, mein ganzes Mikrofon fällt mir jetzt mal runter. Läuft bei mir! Wow! Ah, ja, Junge, ich komm doch schon, oder? Oh mein Gott. Ich hasse das Silverlight Championat. Es gibt nichts Schlimmeres. Ah, Ramsamsam, ah, Ramsamsam, ich und meine Brüder machen Bam, Bam, Bam. Gestern war Mittwoch und gestern sind diese komischen prinken blauen Pferde rausgekommen. Jemals in meinem Leben werde ich mir die nochmal kaufen. Ich hab noch nie ein Pferd so bereut gekauft zu haben wie dieses. So, wir sind wieder in Wettbewerbsgruppe 1. Mega. Da hat sich irgendwie so eine ganze Fußballmannschaft gesammelt. Oh man, ich hab so keinen Bock. 17 Sekunden. Ey, bitte lieber Gott, lass mich da irgendwas rausholen. McVay steht an der Startlinie. Sie kann es kaum abwarten. Und in drei. Ne, vier, drei. Zwei, eins. Oh man, ich hab so keinen Bock. Bitte lieber Gott, lass mich das irgendwie gut hinkriegen. Ah, es haben so viele diesen Araber Pinto-Ding. Ist das ein Araber Pinto, den ich reite? Ich weiß es nicht. Ach Gott, ist das Championat jetzt auch anders? Weil ich bin das bestimmt seitdem Silverglade überarbeitet wurde und noch nie geritten, Alter. Ach Gott, das Willen, ey. Keine guten Voraussetzungen. Oh, genau deswegen hasse ich es. Alter, na, na. Ja, cool, wir sind Elfte. Riecht peinlich. Ach, so eine Scheiße, ey. Ich hätte schon keinen Bock mehr. Oh, das kann es hier wieder nicht sein, ey. Das kann es wieder nicht sein. Scheiß Baumstamm. Oh mein Gott. Jesus im Himmel. Okay, Leute, die Mähdrascher, die sind ganz wild. Sind das Mähdrascher bestimmt? Oh, Jesus Maria. Puh, Glück ab. Hä, wo muss ich lang? Ach, lol, hier muss ich lang. Ich bin dieses Championat auch nie geritten, seitdem das überarbeitet wurde. Irgendwie Hilfe. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Hier muss ich lang? Hier muss ich lang. Oh Gott. McWay wird neunte. Komm, das schaffen wir. Ey, komm, neunte. Mit neunte bin ich zufrieden. Ja, immerhin. Unter die Top Ten war doch mega wild. Wir haben 25 Jorvik-Shilling bekommen. I love my life. Ähm, das nächste Championat findet in, lasst mich nachgucken, New Hillcrest-Shirt. Gar kein Bock, richtig anstrengend. Äh, und wir sehen uns dann in New Hillcrest in genau einer Stunde, nämlich um 16 Uhr. So, Leute, wir sind beim nächsten Championat angekommen, und zwar beim New Hillcrest-Championat. Das wird der größte Fail. Ich kann dieses Championat nicht. Ich werde es auch nie können. Hier sind auch schon zwei von meinem, äh, von meinem Club, von den Dizzy Hawks, wie man sieht. Die werden nachher auch mit dabei sein. Ja, mal gucken, wie es wird. Ich kann das New Hillcrest-Championat nicht, aber naja, ne. Besser als das erste kann es ja nur laufen. So, Leute, die Wettbewerbsgruppen werden erstellt. Mit meinem Glück komme ich wieder in Wettbewerbsgruppe 1 und schalte es richtig rein. Richtig Bock auf jeden Fall. Ach, wer hat's gedacht, Alter? Oh mein Gott. Oh Gott, ey. Ich seh schon wieder diese Stelle mit diesen Spinnenfliegen. Keine Ahnung, was das ist, Alter. McQuell und ihr Club geht an den Start. Und es geht los in 3, 2, 1. Oh, Jesus Maria im Himmel. Also, würde ich hier ein gutes Championat reiten? Ich glaub, das wär ein Wunder. Oh mein Gott, ich hasse es. Es ist so schwer. Es war so klar wie Kloßbrühe. Scheiße, und jetzt? Ich muss hier rückwärts rein irgendwie. Komm. Oh, das kann sich keiner ausdenken. Ey, sowas Schlechtes. Über den Opa drüber. Ey, sowas Schlechtes hab ich noch nie in meinem Leben gemacht. Oh mein Gott. Was ist jetzt hier los? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Diese blöden Bienen hier, Alter. Oh mein Gott. McQuell, was wird das? Oh mein Gott. Ich hab's nur geschafft. Alter, was ist das für ein Fail-Video? Ist ja so schlimm. Ach du Kacke, Alter. Oh, was mach ich denn? Ey, da ist es so schlimm. Ich schwör auf mein Leben. Das ist so schlimm, dieses Video. Na, die ist einfach auf Platz 3. Ich glaub, mein Schwein pfeift. McQuell, Alter. Erst mit Platz 10. Oh mein Gott. Das darf alles hier nicht wahr sein. Ich komm noch safe und nicht mehr ins Ziel, Alter. Oh mein Gott. Scheiß Mülltonnen. Diese beknackten Autos, Junge. Das darf nicht wahr sein. Wo soll ich überhaupt lagen? Jesus. Es ist so schlimm. Ich kann nicht mehr, ey. Oh mein Gott, Alter. Neunte? Waren wir jetzt neunte? Junge, noch nie in meinem Leben so schlecht gewesen, Alter. Was für ne peinliche Aktion war das denn? Ne, Mann. Ich hab gar nicht rasiert. So, Leute. Das war das New Hill Quiz Championat. Beim nächsten Championat sind wir beim, ich glaub, Feelgroove, oder? Feelgroove Championat. Ich hasse es. Und dann hören wir uns in einer Stunde wieder. Junge, ihr müsstet ihr auch ein bisschen unterstützen. Ja, ich sag jetzt halt nur so, dass wir jetzt beim fünften Championat einkommen, so dass ihr jetzt dabei seid, damit die sich nicht wundern. Mit dabei sind Nadi und Ayumi aus meinem Club. Oh wow, ist das peinlich. Ja, das war's jetzt. Genau so werde ich das reinschneiden. Danke, Anke, schreibe ich jetzt. Danke, Anke. So, wir sind in Webbywebs Gruppe 1, wie immer. In der Hoffnung, dass wir durchkommen. Oh, es wird so peinlich. Nach 15 Sekunden. Okay, 3 Sekunden. Ah, das wird so schlimm. Ich kann dieses Championat nicht. Und los geht's. Ich hasse diesen Nebel am Anfang. Warum kippt sie ihn? Baumstamm. Oh mein Gott, Alter. Hier werde ich erst. Ich merke das. Ich merke es. So, halb. Neben mir ist diese Joanna. Joanna. Oh Gott, jetzt dreht sich der Lastwagen um. Ah, wie soll ich da durchkommen? Digga. Oh mein Gott. Ich bin Dritte, Alter. Bin ich Meister oder bin ich Meister? Ich bin Meister. McQua ist Dritte geworden. Die Menschheit klatscht. Wir jubeln. Yay. Die Bronze Schleife, die richtig sexy ist, Alter. Gottes Namen, Alter. Sieht aus wie so ein Pfannkuchen. Dann sehen wir uns, meine lieben Zuschauer, in einer Stunde wieder. Warum verpisst du dich einfach? Oh mein Gott. Sie schwebt halt einfach weg, Alter. So, es nimmt jetzt auf. Ich sehe es mit meinen eigenen Augen, dass es aufnimmt, okay? Ich sehe es, dass es aufnimmt. Meine Augen lügen und täuschen mich nicht. Da steht Aufnahme geht seit 10 Sekunden. So. So Leute, wir sind beim nächsten Championland angekommen. Hello. Hello. Und das wievielte Mal nehmen wir das jetzt schon auf? Weil es die anderen Male nicht ging. Das dritte Mal. Das dritte Mal nehmen wir es auf und es ging nicht. Aber ja. Alter, dieser Haufen hier. Ich will hier raus. Das nervt mich. Das ist vorne an die Startlinie. Hier steht ein Gauli ganz allein. Oh nee, doch nicht. Boah, es ist voll hier. Leckt mich. Hackt auch schon voll. Ja. Wenn jetzt irgendwas hängt, tut es mir leid. Warte, seit wann sind hier vorne so viele? Alter, guckt euch bitte an, wie viel hier los ist. Wir müssen mal zurückgucken. Das ist krank. Leute, das ist der Zopf von Nadi. Schreibt in die Kommentare, wie ihr diese Frisur findet. Das sieht aus wie so ein Würstchenzipfel. Aber schreibt in die Kommentare von 1 bis 10, wie schön er ist. Wenn ich da was unter 10 sehe, ne? Dann gibt es Stress. Dann gibt es Lack. Dann gibt es Lack. Oh Gott, es geht gleich los. Die reitet halt einfach raus. Isabella Orange, die hat keinen Bock mehr. Sie reitet einfach raus. Tschüss. Tschüss. Hä, wo ist denn Nadi? Ich bin hier ganz alt. Ach, da. Oh Gott. Oh, sorry. I'm such a blind person. Wenn es nicht mehr aufnimmt, Junge, dann rast dich aus. Rast dich im Dreieck hier. Oh mein Gott, wir haben noch 17 Sekunden. Es nimmt immer noch auf. Du so alle fünf Sekunden. Es nimmt immer noch auf. Es nimmt immer noch auf. McQuaid rennt los. McQuaid kann das Championat nicht. Gar nicht. Ich liebe dieses Championat. Ich hasse es. Aber jeder kann das eigentlich. McQuaid nimmt die Korve eng. McQuaid ist gut. McQuaid ist richtig gut. McQuaid ist Platz 5. Doch nicht so gut. Oh Lord Jesus. McQuaid. Ich hab verkackt. Alter, wie oft verkackst du? Ja, okay. Ich sag jetzt gar nichts. Lorenzia Ormond Groove. Ormond. Heißt Ormond nicht irgendwie Nuss oder so? Nee, Mandel. Oh, es backt so, Alter, weil hier so viele sind. Ich krieg ne Meise. Ja, deswegen hab ich auch gerade... Ah, McQuaid ist vierte. Ja, ja, ja. McQuaid ist dritte. McQuaid ist zweite. Nein, vierte. Oh. Oh mein Gott, ich konnte nicht mehr auf schließen drücken. So ne Scheiße. Anke Sungate hat mich überholt. Kuss und Gruß an Anke. What's next? So, wir sind fertig mit diesem Championat. Das nächste Championat. Das nächste Championat ist das Fort Pinter Championat, ne? Und dann hören wir uns beim Fort Pinter Championat. Okay. Es hat jetzt die ganze Zeit aufgenommen. Ich hab grad auf Beenden gedrückt. Let's go. So Leute, wir sind bei Championat Nummer... Was ist das eigentlich jetzt? Nummer vier? Keine Ahnung. Tausend. Nummer tausend. In Fort Pinter. Wir sind wieder in Web-Web-Web-Gruppe eins. Richtig Bock. Fort Pinne konnte ich noch nie. Ich hasse das. Ich schwör. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Birgit nicht angefasst. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Birgit nicht angefasst. Ich hab ne Eule in mir. Ich seh's. Weg mit der Eule. So, es geht los. Oh Gott. Wuhu. Im Vergleich zu dieser Kanone ist der so klein. Ja. Oh, ich kann dieses Championat nicht. Ich hasse es. Ich weiß nicht, was es hier für Abkürzungen gibt. Ich weiß gar nix. Man weiß auch nie, wo lang. Nee. Aber na, aber na, aber na, na. Alter, dieser weiße Verlangen geht mir auf den Scheiß, denke, der hier gerade rumfliegt, ne? Ah. Suave. Oh Gott, verkackt. Ich seh sie alle an mir vorbeirennen. Warum ist hier so ein Geschieße? Diese ganzen Füchse. Oh, ich raste hier gleich ab, Alter. Diese ganzen Füchse, die hier rumlaufen, ey. Bin ich im Zoo, oder was? Die Ballons gehen einen auf den Sack. Ja, was ist das, Alter? Suave. Alle, die TikTok gucken, wissen jetzt Bescheid. Und verschissen. Ich hasse diese Stelle. Warum gibt es sie? Suave. Ist echt lucky gerade. Leggy, lucky. Lucky. It's lucky. Lucky Luke. Oh, kennt ihr das? Ja. Lucky Luke. Oh nein, das ist sie wirklich hängen geblieben, die Arme. Boah, ich seh McWay. Du versperrst mir hier die Sicht. McIsway. McIsway, aber du bist vor mir. Aber auf meinem PC bist du hinter mir. McDonalsway. McDonalsway hofft auf sechsten Platz. McDonalsway hat verschissen. McDonalsway hat richtig hart verschissen. Oh mein Gott, wie kann man so dumm sein, Alter. Erzähl es mir. McDonalsway ist elfte. Oh Gott. Nein, ich hab vergessen zu drücken. Bin ich jetzt Sechste geworden. Was ist als nächstes dran? Duh, duh, duh. Als nächstes ist... Golden Hits dran. Ach du Scheiß. Ja man, ich liebe das. Was sind sie denn jetzt? Hier vor der Startlinie. Ich sag jetzt Tschüss und bis zum... Warum sag ich Tschüss? Nein, wir sehen uns beim Golden Hits Championat in einer Stunde. Was richtig schlecht wird. Aber egal. Ciao. Es nimmt auf. Ich seh es mit meinen eigenen Augen. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Woo. Yay. Alle so yay. Let's go. Okay, let's go. Let's go. Zwischenmöglich komm ich mal so... Ja, keine Ahnung. Äh, 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 äh. Suave. Verstellt die sich einfach in ihm? Ich reib dir einen fetten Gaul, Alter. Zumindest beim letzten Champ, da ist eine gewandt. Suave. Suave. Ist sie so, ja. So richtig random. Wer will als Gruppmanager hätte gedacht, ob wir wieder in Gruppe 1 kommen. Man weiß es nicht. Ja man, safe, oder? Wir sind alle... Ja. 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 Amasita. Wir sind ja alle Levels von... Chakalaka. Chakalaka in the Chakka. In der Dreh, in der 2, in der 1, in der Los. Oh mein Gott. Emily McWay reitet. Ah ne, der Bug ist weg. Hilfe, ich hasse es. Oh mein Gott. Ah, hier sind Kürbisse und schon verkackt safe. Oh mein Gott, ne doch nicht, oder? Scheiße, ich bin im Boden. Achter, was war das für eine krasse Abkürzung, die da hinten geritten sind? Die kenne ich nicht, ups. Heilige Mutter Maria. Heilige Mutts. Dass ich überhaupt gerade... Scheiße, ich hab verkackt. Hier Platz ist Nadi. Nadi ist... Ich seh's nicht. Wow. Weil sowas hinten ist. Ah ne. Ich bin Achter. Ich bin ein hinter dir. Du Opfer. I'm sorry, ich hab's nicht gesehen. Oh, jetzt werd ich gehatet, weil ich Emily McWay beleidigt hab. Quatsch. Scheiße. Quatsch. Oh, die Hannah, Kult, Bug und ich, Alter. Wir haben hier so einen Kopf-an-Kopf-Rennen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Alter, was ist das für ein Kopf-an-Kopf-Rennen? Suave. Das heißt nicht Suave, sondern Suave. Ich hab Suave gesagt, nicht Suave. Ich weiß gar nicht, was das für eine Sprache ist. So, McWay ist sechste. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du bist siebte. Hä, du warst doch vorhin schon hinter mir. Wir haben es aber schon dunkel in SSO und in echt. Danach ist Jorvikstall dran. Ehre, bin ich zwar vorhin schon mal geritten, aber egal. Let's go. Okay, let's go. Dann sehen wir uns beim Jorvikstall-Championat, meine lieben Freunde und Freundesfreunde. Bis dann. Geh zurück ins Studio. Zurück ins Studio. Währenddessen wir auf das nächste Championat warten. Das ist normal. Oh ja, such a normal situation. Alter, alle nehmen ihr Pferd an der Leine, wie ihre Hunde. Sie macht mit. Tschüss. Die Zari macht mit. Da ist die Nadi. Nadi fühlt zum Beispiel nur die Luft. Nadi fühlt gar keinen. Geh weiter. Oh Gott. Ja, das sieht so scheiße aus. Guckt euch diesen Löwenzahn an, Alter. Guckt ihn euch an, den Zahn des Löwen. Guck mal, der löwige Zahn da unten. Unter Nadis Pferdebauch. Ach du Scheiße. Oh ja, schnüffel mal dran. Nimm mal eine ordentliche Nase, du. Geil. Oh komm, wir nehmen eine ordentliche Nase vom Zahn. Ja, Mann. Nadi steckt ihre ganze Birne da rein. Ja, wichtig und richtig. So kommt das Aroma erst richtig zu spüren. Ja, ja, ich merke schon. Ich bin ich. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich bin ich auf meine Weise. So Leute, wir sind beim Jobbikstall-Championat. Wir haben wie spät? 22 Uhr. Läuft bei uns. Mein Hirn ist durch. Mein Hirn ist matschidi-patschidi, aber egal. Sollen die Leute mal in den Kommentaren abstimmen. Ja Leute, schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr von den Starter-Ponys haltet. Von den alten. Erste Generation, bitte. Ja, wir reden von den eckigen. Let's go to the beach. Each, let's get out of the way. Day, day, what's gonna stay. Hier bin ich letztes Mal zweiter. Ach nee, hier bin ich gar nicht ins Ziel gekommen. Oh, Scheiße. Ich wollte gerade sagen, wer letztes Mal bei der Geländestunde aufgepasst hat, der müsste da jetzt durchkommen. Und ich hab die Strecke gemacht und ich komm nicht durch. Ja, weil du ein Horst bist. Ein Horst. Oh, ich hab schon wieder gefailt. Ach du Kacke. Oh Gott, jetzt kommt meine Hassstelle. Die hab ich vorhin verkackt. Die hab ich vorhin in die Pfanne nicht bekommen. Ich bin die ganze Zeit weitergeritten und dachte, ich schaff's. Oh Gott, oh Gott. Oh, weia. Oh, shit, my. Oh mein Gott. Ich hab die Scheißflagge wieder nicht bekommen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Was mach ich denn hier jedes Mal, dass ich die nicht kriege? Oh mein Gott. Ich bin auch so gut. Hä, Digga. Alter, wenn ihr wüsstet, was ich gerade mache, das ist nicht mehr normal. Das ist krankhaft. Ich bin Letzte. Weil ich die Scheißflagge wieder nicht bekomme, weil ich jedes Mal zu weit rechts umrum reite. Ich bin gerade mal bei der Koppel oben. Opfer. Ich bin so ein Opfer. Oh, ich bin gegen die Wand gelaufen. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Wie kann ein einzelner Mensch so schlecht sein, Alter? McRae am Reinscheißen. Aber gut, dass ich es noch gesehen habe. Stell dir vor, es wäre genau das gleiche wie letztes Mal gewesen. Nadi ist auf Platz 9. Ayumi ist auf Platz 6. Ah. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, ich dachte, das wäre wer. Jesus Maria. Nadi, was ich dachte, du ziehst uns heute alle ab. Was ist denn los? Ja, dachte ich irgendwie auch. Irgendwie ist es ein bisschen schleppend heute, ne? Äh. Äh. McRae hat es geschafft. Oh Gott. McRae reitet gegen den Zeitplan. Gegen die Zeit. Gegen die Zeit. So Leute, das war das vorletzte Championat. Nächstes Championat ist um 23 Uhr und es ist Pony-Championat. Und dann haben wir es auch geschafft. Jetzt. Also wir sehen uns in einer Stunde. In einer Stunde wieder. So Leute, wir haben 23 Uhr. Das letzte Championat steht vor der Tür. Vor der Tür. Wir sind eigentlich noch relativ viele Leute, finde ich, für 23 Uhr in der Schulwoche. McRae ist müde. McRae will ins Bett. McRae ist Po. Das tut weh. Ihr müsst alle Blockpuzzle spielen. Bestes Spiel. Besser als SSO. Was ist das? Das ist ein Puzzle-Spiel. Ach echt? Oh mein Gott. Block-Puzzle ist ein Puzzle-Spiel? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, wirklich. Es ist Plot-Twist, wenn man das erstmal kennenlernt. Hätte man nicht gerechnet, dass es so abwechslungsreich und spannend ist. Das ist jetzt eine neue Lebensweisheit für mein Leben. Da ist übrigens wieder unser Würstchen-Zopf. Das ist die Naddy. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr von diesem Zopf haltet. Sieht aus wie so eine Wurstpelle, Alter. Hä, ich finde den voll hot. Ich habe darauf gespart. Oh Gott, ich kann mir sowas sparen. Ich muss hier noch meinen Blockpuzzle beenden. Oh ne, scheiß auf deinen scheiß Blockpuzzle. So, es geht jetzt los. Let's go. Ich weiß gar nicht, wo lang. Alter, die hat den scheiß Bug gemacht. Ich glaube es. Alter, geht nicht. Ja, die Esther. Esther. Esther Nightfly heißt die. Esther. Ich mag sie weh, Esther. Oh, ich bin richtig geflogen. Komm, Esther. Ich bin hier vorhin zweiter geworden, wo es nicht aufgenommen hat. Hinaus geflogen. Emily McWalk hat verschissen. Oh Gott, ich mache hier sowas von die geilen Slalom-Moves, Alter. Guckt es euch an, Leute. McWays Erste. Ich hasse diese Dinge. Nein, ich verkacke. McWays Erste. Ich hasse diese Dinge. Die scheiß Bugger. Davor habe ich Angst. Oh, Jesus Christus. Ich dachte gerade, du meinst Leute, die buggen, aber... Nee, ja, das auch. Na, Spaß. Ich bin über den Zaun gesprungen, aber ich bin irgendwie gegen den Zaun gesprungen. Nee, ich war die ganze Zeit Zweiter. Jetzt bin ich sauer. Hey, ist ja ehrenwert. Ich bin Zweite. Bist hängen geblieben? Ich bin auf die ganze Seite vom Zaun gesprungen. Oh mein Gott. Ah, schon wieder. Oh, wie dumm kann man sein. Ich bin Vierte geworden. Ich habe noch sieben Sekunden. Nice. Fünf. Vier. Ich bin Sechste. Oh mein Gott. Ich bin Vierte geworden. So ein Scheiß, Mann. Wäre mein Pferd gesprungen, wäre ich wahrscheinlich Dritte gewesen. So, ich mache die Abmoderationen. So Leute, das war es mit dem Champion Marathon. Ich hoffe, es hat euch... Äh, halt genau. Nochmal. Also ich habe... So Leute. Das war es mit dem Champion Marathon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt den beiden auf Insta. Nein, Spaß. Nein, ballert mal richtig das Postfach hier in Gamefall. Schreibt irgendeine unnötige Scheiße. Danke. Auftrag. Ich verkehlt mir auch folgen. Dann bedanken wir uns, dass ihr zugesehen habt. Wollt ihr noch einmal was sagen? Nee, ne? Tschüss. Ja, okay. Tschüss. Oh mein Gott, das ist peinlich.